Ja, sehr gut. Komm, noch ein paar mal soll ich... Oh Gott. Also nicht seine Treffer, sondern du sollst treffen, Mann. Seid gegrüßt und willkommen zur zwölften Episode meiner Punch Club Let's Play Serie. Viel Spaß beim Zuschauen. Wir müssen uns wie jeden Tag wieder ausruhen. Ich überlege noch, ob ich hier mich für einen Kampf anmelden soll oder nicht. Obwohl... Heute ist ein Kampf, nee. Morgen. So, wir trainieren aber erstmal wieder, bevor es wieder zu spät ist. 10 Dollar bezahlen und Zeichen springen. Wir sind hier immer noch dabei, Geschicklichkeit und Ausdauer hochzubringen. Stärk werde ich jetzt einfach weitestgehend ignorieren. Geht jetzt eh wieder runter. Dumm, dumm, dumm. Okay, wir müssen Geld verdienen. Das könnte knapp werden, aber... Nee, das funktioniert noch gut. Nee, das funktioniert noch gut. Oder? Oh oh. Glück gehabt. Auf zum Supermarkt. Und nach Hause. Obwohl... Essen. Wieder der halbe Tag vorbei, wenn man arbeiten geht hier in dem Spiel. Was es nicht einfacher macht mit dem Training. Aber zum Glück können wir hier noch auf dem superhübschen alten Teppich trainieren. Damit nicht alles dem Bach runter geht, wenn der Tag endet. Und die Punkte werden schlecht. Das heißt, wir essen. Und ruhen uns eine kurze Weile aus. Okay, das muss reichen. Wieder essen. Wir gehen erstmal zum Training, dann kämpfen wir vielleicht in der Ultimate League. Bin ich gerade auch nicht so sicher. Wir kriegen hier eh nichts mehr hoch. Wäre allerdings schön, wenn das klappen würde, beides auf 5 zu kriegen. Aber ich glaube, da kann ich lange von träumen. Wenigstens hier Geschick hoch kriegen. Das wäre doch mal was. Okay, wir rennen mal schnell da hin und tauen da mal ein bisschen drauf rum. Sehr gut. Schnell da drauf. Und kämpfen. Beides auf 5 bekommen. Sehr gut. Gegen Jared kämpfen. Das hätten er. Oh Gott, Schlagkabel. Die Opfer deines Gegners ist 25% weniger effektiv, wenn aktiviert. Na subi. Er kann gut ausweichen. Und tritt halt viel. Okay, wir weichen auch aus. Eventuell kriegen wir das sogar hin. Wir treffen... Okay, fast so gut wie er. Er trifft besser. Ist genauso stark wie wir, aber wir haben eine bessere Regeneration, was vielleicht unser Vorteil ist. Und eine bessere Abwehr. Schaden absorbieren. Er absorbiert auch nicht. Dann versuchen wir es mal so. Macht es schneller. Sonst dauert es wieder ewig lang. Okay. Wir treffen, wie es aussieht, besser als er. Aber wir verschwenden genauso viel Energie wie er. Obwohl. Okay, unser Vorteil ist auch, wir haben 20 Punkte mehr HP. Das könnte noch gut gehen. Okay, von der Energie her sieht es auch noch gut aus bei uns. Aber... Okay, wir haben etwas mehr Energie. Es könnte klappen. Muss aber nicht. Wieder eine knappe Kiste hier. Oh, lass dich nicht immer so viel treffen. Ausweichen. Oh nein, wir haben schon weniger Energie. Das könnte unser... Verlust sein. Hier in diesem Kampf. Erholt auch von dem HP her. Okay, ich muss irgendwie... Hatte ich nicht etwas Neues? Moment mal. Karate Kick. Oh, wow. Idiot. Weniger Energieverbrauch. Oh, ist das... Aber macht mehr... Oder? Warte mal, was stand hier? Fügt mehr Schaden zu. Genau. Und zwar... Äh... Wie viel überhaupt? Fünf? Aber es trifft halt besser. Okay. Hätte ich vielleicht von Anfang an machen sollen. Mein Fehler. Tut mir leid. Kleiner Boxer. Oh ja, es geht ja richtig ab. Wir haben den Vorsprung wieder aufgeholt. Oh, komm, trifft doch bitte. Oder fahre ich aus. Eins von beiden. Okay, wir müssen so weitermachen. Leichter Vorteil in der Energie und auch mit den HP. Okay. Sehr, sehr knapp wie das. Okay, das war gut. Okay, wir treffen häufiger. Das ist gut. Durch die dritte. Oh, scheiße. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh, das wird so knapp wieder. Na, verloren. Okay. Oh Mann. Es lief eigentlich recht gut. Aber wir haben 20 Dollar dafür bekommen. Das ist ja schon mal ein Anfang. Ist ja auch noch nicht ganz verwundet. Auch gut. Wir haben lange durchgehalten. Gut. Wie gehen wir am besten vor? Wir gehen hier hin. Kaufen uns etwas zu essen wieder. Wie immer. Dann gehen wir aber ins Café und fahren da eine Runde Pizzen aus. Denn wir müssen ja wieder an Kohle kommen. Das Gute ist, ich konnte ja durch die 20 Dollar, die ich gerade gewonnen habe, einmal wieder Fleisch kaufen. Das bedeutet, die 30 Dollar reichen aus für Fleisch und für Eintritt in die Muckibude. So. Wir müssen aber... Wir müssen Haus uns ausruhen. Oder essen, eher gesagt. Und jetzt schnell hier hin in die Muckibude. Training. Eventuell uns anmelden schon mal. Und wieder hier allgemeines Training. Und dann gezielt Geschicklichkeit und Ausdauer hochbringen. Aber erstmal beides irgendwie so ein bisschen festigen. Zusammen mit Stärke, damit die nicht auch noch weiter runter geht. Ja. Ey, Ausdauer. Tun wir das nicht an. Gut, geht auch. Jetzt hauen wir hier ein bisschen dran rum. Und den Rest machen wir hier auf dem Laufband. Mit am nächsten Tag die Punkte eventuell auf Level 5 bleiben. Also bei Geschick. Und bei der Ausdauer. Schade. Okay, kurz Zeichenspringen, wenn wir schon mal hier drin sind. Wir haben sogar noch Energie übrig. Dann gehen wir mal eben hier dran. Okay, wir müssen jetzt aber aufhören. Sonst können wir nicht mehr arbeiten. Könnte echt schon knapp werden. Dann habe ich wieder zu viel Zeit verschwendet. Oh Gott, wir könnten... Oh nein, das reicht nicht. Fuck, wir sind zu müde. Fast hätten wir es geschafft. Mist, ey. Müssen wir nach Hause und uns ausruhen. Ich hoffe ja, wir haben noch Fleisch im Kühlschrank. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Gut, haben wir nicht. Also das Problem haben wir nicht, aber Fleisch haben wir. Das ist super. Dann ruhen wir uns aus. Essen das letzte Fleisch. Arbeiten weiter. Und verlieren hier die Punkte. Kacke. Und heute ist ein Kampf. Oh Mann. Vielleicht hätten wir uns nicht anmelden sollen. Okay, gehen wir trotzdem mal hier oben hin. Und brauchen das Geld auf jeden Fall. Eventuell haben wir dann sogar durch den Kampf auch noch etwas dazugewonnen. Okay, jetzt schnell hier rein. Okay, ich hätte echt fahren sollen. Okay, wir gehen wieder hier dran. Das hat dir eben auch geholfen, um hier beides auf 5 zu kriegen. Vielleicht hätte ich doch Seilchen springen sollen. Okay, das macht aber mehr Ausdauer als geschickt. Das ist komisch. Echt komisch. Vielleicht sollte ich mal googeln, was genau das hier für Werte steigert. Oder wie genau das hier gemacht wird. Gehen wir noch Seilchen springen. Jetzt gleich nicht wieder zu weit unten ist alles. Das macht ja hier Geschicklichkeit und Ausdauer. Seilchen springen. Machen wir jetzt bis zum Ende. Dann gehen wir in den Kampf. Oh ja, Rangkampf. Oh, der hat sie... Ach du Scheiße, der hat sieben Ausdauer. Ah, oh nein. Energieregeneration. What the fuck? Was hat er denn hier? Prankenhieb? Okay, das ist ein Stärketyp. Nee, hä, was ist denn da für einer? Kräftiger Kinnhaken. Trifft noch stärker, verbraucht mehr Energie, schwächt Ausdauer des Ziels. Oh Gott. Erschöpfer, Schlagmodifikate. All deine Schläge verursachen der Energie deines Gegners mehr Schaden, wenn aktiviert. Ach du Kacke. Also nach Vorhang. Verbraucht mehr Energie, blockt aber auch mehr Schaden. Ja, geil. Ritterrüstung. Je mehr Ausdauer du hast, umso weniger Schaden erleidest du. What? Aber jetzt haben wir ja von Anfang an diesen Karate-Kick drin, was ja ein Riesenvorteil ist. Dann mal eben schauen. Fünf, vier, vier. Verbraucht zwei. Das ist eigentlich ganz okay, denke ich. Wir versuchen es mal. Okay, wir treffen, das ist schon mal gut. Er trifft auch dafür härter. Energie sieht auch noch gut aus für uns. Oh Gott, ja, er kriegt kaum Schaden von uns. Das ist Mist. Und er hat auch viel mehr Energie, äh, HP. Aber dafür ist sein IG jetzt schon verbraucht. Das ist echt gut. Das könnte unser großer Vorteil sein, dass wir mehr Energie haben als er. Doppelt so viel gerade. Okay, wir machen... Oh, guck mal, er hat... Wow. Das erste Mal, dass ich sehe, dass der Gegner seine Skills ändert. Was hat er jetzt hier? Er bringt mich weiter behalten. Angriff überspringt. Er hat die Chance, eine Angriffsphase zu überspringen und Energie zu gewendern. Oh, oh. Harter Block. Block. Blockst du den Schlag deines Gegners, erleidet er 20% des potenziellen Schadens. What? Okay, wir versuchen es trotzdem mit der Strategie, die wir gerade haben. Jo, der hat es regeneriert, aber das hilft ihm wahrscheinlich nicht. Ja, das ist gut. Wenn er keine Energie hat, können wir ihn ausknocken. Richtig gut. Und wir regenerieren doch viel mehr als er. Echt super. Aber dafür sind wir nicht mehr so gut von HP her. Er hat viel mehr. Das ist halt noch sein anderer großer Vorteil. Und ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll. Jetzt hat er wieder das. Ja. Er ist undurchdringlich dadurch. Na, zu gute Abwehr. Eiserner Vorhang. Verbraucht Energie, blockt aber auch mehr Schaden. Jo. Er blockt halt alles. Oh Mann. Ja, wir müssen es so weiter versuchen. Führt keinen Weg dran vorbei. Ach, spannender Kampf, ey. Wow, das war gut. Wieder von uns. Er hat halt keine Energie. Das müssen wir ausnutzen, Typ. Kacke, ey. Der hat noch viel zu viel Leben. Wir werden verlieren. Aber wahrscheinlich gibt es dadurch auch mehr Kohle am Ende. Wir gucken mal einfach, was passiert. Oh, das war ein guter Treffer von ihm. Der haut uns gleich K.O. Oh, wir sind gut ausgeglichen. Ja, drei HP haben wir noch. Jo. Schafft er. Krass, ey. Oh, es gibt kein Geld hier. Stimmt, ja. Dum, dum, dum. Aber vier Punkte. Und 60 Leben verloren. Und keine Beeinträchtigung. Das ist auch supi. Gut, können wir hier noch kämpfen? Wir haben weniger Leben. Wir schaffen auch nichts mehr an dem Tag. Äh, schwierig. Wir müssen nach Hause uns auskurieren. Oder wir nutzen die restliche Energie, gehen zum Café und fahren noch ein wenig Pizza aus. Ja, wir haben was verloren, ich weiß. Ich überlege auch gerade, ob wir vielleicht Pizza essen sollten hier, aber eventuell auch nicht nach Hause, genau. Wir müssen uns ausruhen und essen. Fuck. Ich wusste, ich hätte es direkt machen sollen. Einkaufen gehen. Da, da, da. Dreimal wieder aufgefüllt, aber super viel Zeit verloren. Dum, dum, dum. Okay, wenn wir nicht zur Arbeit gehen, sparen wir Zeit auf, indem wir noch hier zu Hause trainieren können. Das ist hier. Nächster Kampf anmelden. Savador Punches? Was ist ein Name? Vielleicht soll man doch lieber auf so ein Alt mit Kampf wieder warten. Vielleicht können wir da aufsteigen. Oha, wie die Ausdauer runtergegangen ist, aber hier Geschicklichkeit nicht. Hm. Da kann man wohl nichts machen. Dann... Oh, Punkte sind wieder schlecht. Gut, wir essen noch eine Runde. Legen uns dann hin und starten am nächsten Tag frisch mit der Baustellenarbeit. Gut, Geschicklichkeit bleibt oben. Das ist schon mal ein kleiner Vorteil. Okay, wir müssen essen. Dann haben wir nichts mehr im Kühlschrank. Das muss ich mir merken. Dann wie geplant da oben hin. Das geht wahrscheinlich hier bis Viertel vor Tag zu Ende. Oh, wir haben ein bisschen Vorsprung noch. Das ist gut. Oh Gott, das geht über Viertel vor. Okay, 50 haben wir wieder. Fahren erst hier hin. Ne, wir gehen dahin. Haben kein Geld zum Ausgeben dafür. Okay, das Training wird halt nicht so toll. Ich gehe wieder hier oben dran. Um das jetzt zu festigen wieder. Dass das bloß nicht unter 5 geht. Und vielleicht hier Ausdauer. Das wird auch nicht bleiben auf 5. Aber Geschick wird bleiben. Das ist gut. Oh, oder auch nicht. Wow. Okay, ich muss jetzt gezielter trainieren hier dran. Jetzt hier dran. Oh Gott, das dauert ja echt lange mit der Ausdauer. Wow. Schnell hier unten dran. Vielleicht bringt das ja was, die beiden jetzt irgendwie zu festigen. Aber ich denke nicht. Geschick geht da jetzt gut hoch. Ausdauer eher so. Mäh. Zwei den hier wieder. Oh, einen Kampf haben wir. Da bringt mir leider nichts. Muss zur Arbeit, Arbeit gehen. Gucken, dass wir den Kampf noch mitnehmen können. Kämpfen. Ach, den haben wir doch schon mal, Jared. Vielleicht können wir den jetzt besiegt, wenn wir den Karate-Kick drin haben von Anfang an. Daneben. Okay, getroffen. Ist gut. Ah, oh nein. Komm, haut zurück. Nein. Du musst ausweichen, Typ. Alter. Oh Gott. Ich habe auch einen Debuff gehabt gerade. Uncool. Oh, der haut uns ja richtig runter. Scheiße. Ne, wir machen nicht ausweichen. Wir nehmen hier und blocken. Gibt die Chance, einen Feindigtreffer zu blocken und den Instand drastisch zu senken. Ja, machen wir das. Vielleicht klappt das ja besser. Oh, okay. Auf eins ist eigentlich schon mal gut. Gut, wenn er den blocken würde, ne? Wow. Komm, du schaffst es. Alter. Komm. Oh Gott, ein 16. Oh. Das wird wieder nichts. Was haut denn der immer daneben? Ja, das ist gut. Das ist gut. Er hat keine Energie mehr, der Gegner. Das ist super. Okay, wir bleiben bei der Taktik hier. Komm, du musst noch ein paar Mal gut treffen. Oder ihm die Energie rauben. Komm, das kriegst du hin. Ja. Weiter. Wir haben ihn gleich da, wo wir ihn haben wollen. Okay, er hat mehr HP, aber weniger Energie. Das müssen wir schaffen, kleiner Boxer. Komm, das kriegst du hin. Alter. Blocken, blocken, blocken. Deckung. Und bewegt die Beine. Ja, sehr gut. Komm, noch ein paar Mal solche. Oh Gott. Also nicht seine Treffer, sondern du sollst treffen, Mann. Oh Gott. Okay. Er hat vier HP mehr. Dafür haben wir 60 HP mehr. Äh, 60 Energie mehr. Das muss doch zu schaffen sein, ey. Komm, triff. Oh, bitte. Oh nein. Nein, 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 nein. Oh Gott. Ja, nochmal. Nochmal. Oh, das wird so knapp. Jawohl. Alter. Puh. Oh, es gibt sogar 40 Dollar für den Sieg. Wir haben zwei Punkte bekommen. 40 HP fehlen uns. Aber hey. Was soll's. Das war gut, ey. Wow. So, was können wir jetzt hier? Äh, Weg des Tigerns. Hier wollte ich ja... Was wollte ich denn hier nehmen? Gegenreaktion. Gegenangriff. Jeder ausgewichen Angriff wird 25% der Schadens auf den Angrafer zurück, wenn aktiviert. Das ist gut. Das kostet bestimmt auch sau viel, ne? Der Karate-Schlag fügt mehr Schaden zu, kostet weniger. Oder nehmen wir das. Das kostet vier. Was haben wir denn? Der normale Schlag kostet zwei. Wollen wir eher nicht so die Sachen verschwenden. Oh, ich muss hier unten rein. What? Ich hätte das hier nehmen sollen. Oh, wir brauchen das hier. Fall nicht hin. Dass mein Geschick nicht unter acht sinken kann, ey. Kacke. Ja, jetzt muss ich hier unten durch irgendwie. Bringt ja sonst nichts. Ja. Nehme ich halt das. Und ich lasse euch jetzt alleine, denn ich beende die Folge für heute. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr sie gerne bewerben und einen Kommentar dazu hier lassen. Und um weitere Episoden nicht zu verpassen, dürft ihr auch meinen Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.